Herzlich Willkommen zurück zu Madfather. Immer noch auf der Suche, jetzt muss ich gerade nochmal reinklicken, genau, dass es auch funktioniert. Immer noch auf der Suche nach dem Code, aber ich, beziehungsweise nach der Code-Memo. Ich habe rausgefunden, wie man das Menü öffnet mit X. Tada! Wir haben ein Menü, dort haben wir die Code-Memo. So, erste Nummer, Barriers in the First Floor East Hall. Zweite Nummer, Candlelias, ich glaube, das ist sowas wie Kerzenständer in Entrance Hall, Red Dolls in Doll Room, Paintings in Reception Room. Okay, ich denke, wir müssen einfach nur zählen und die gezählten Sachen sind dann, ja, der Code. Das ist Englisch, du Nase, du sprichst es selber. So, wie war's jetzt? Nee, Etik wollte ich ja nicht quatschen. Waren wir da überhaupt schon? Da waren wir doch noch gar nicht, oder? Alter, lass mich! Lass mich! Ich komme hier nicht weg! Bin schon wieder tot! Oh, voll die Blutlache. Nein, wir wollen kein Bett, wir wollen Continuum. Das ist aber, ich muss hier runter. So, First Floor West Hall. Ich muss auf die andere Seite. Scheiße. Oh Gott! So, First Floor East, die Barrels, die Fässer. Ach, wir tun erst mal hier schnell. Danke. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann müsste die erste Nummer, ich habe hier Zettel und Stift schon bereit, müsste eine 7 sein. Is locked? Ja. There's something there. Was ist das denn? Ja, was ist das denn? I can't get through there. Nee, wollen wir. What should I do? Nee, ich will hier auch nicht. It's like in the flame egg. Burn all those in my way. Yeah, I can burn it. But, au. Okay, das bedeutet, ja, das bedeutet, dass wir, ja, dass wir noch was zum Brennen brauchen. Das müssen wir uns mal merken. So. Oh! So, schnelle Sicherheit. Ähm, was war das zweite? Candle eyes in the entrance hall. Das ist nicht euer Ernst, da waren wir gerade. Ja. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Ah, vier, 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 vier! Vier! Oh, ich bin leider tot. Also, es müsste vier sein. Ich hoffe, es sind vier. Das sind diese Hängedinger hier, diese weißen. So, nächstes. Was jetzt? Wieso kann ich auf X nicht? Jetzt. Red doors in the door room, paintings in reception room. Okay, was ist das? Bedroom. Nee, ich will nicht in mein Zimmer. Und hier oben sind wir, glaube ich, noch... Nee, attic. Attic, wollen wir nicht, dass da Dachboden... So, Dollzimmer und reception room. Nee, Archivs auch nicht. Ja. Ja. Doll room, hier ist er so. Red dolls. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs müssen das sein. Sieben, vier, sechs. Und jetzt die... Die paintings. Habe ich mir den Stuhl eigentlich an? A gorgeous chair. Oh, ja. So, und jetzt im... Wo war denn das Rezip-Ding? War das hier vielleicht? Nee, da kommen wir noch nicht durch. Ich speichere nochmal eben schnell. Oh, jetzt habe ich was im Auge. Gut, jetzt ist es wieder weg. Nee, irgendwas habe ich im Auge. So. Dann war es hier. Reception room, okay. Was wollte der da haben von mir? Paintings. Ah, Paintings. Dann ist es die zwei. Sieben, vier, sechs, zwei. Da bin ich jetzt gespannt. Alter, lass mich. Nein, lass mich. Ich hänge hier immer wieder fest. Speichern. Ich speichere zu viel. Ähm, nee, hier will ich nicht hin. Ich will zu... Doch, hier wollte ich hin. Warum heißt unser Zimmer Nursery? Das hat aber was mit Schwesternzimmer zu tun. Ja, it's locked. Das weiß ich so. Sieben, vier, sechs, zwei. Nee. Ja, ich habe mich verdrückt. Sieben, vier, sechs, zwei. The code doesn't seem to work. Dann kann nur das mit den Candles-Dingern falsch sein. Das ist das Einzige, was falsch sein könnte. Was ist das denn? Entrance Hall. Candlears. Was ist denn Candlears? Ich dachte, das sind die Thronleuchter. Das sind aber nur hier. Chandeliers. Was waren denn die Candlears? Oder meinen die das Komplett? Die hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 und das mal 4. Das würde ja aber nicht gehen. Äh. Was sind Chandeliers? Ich kann das gerade nicht übersetzen. Chandeliers in Entrance Hall. Hochschuldigung. Ich dachte, das sind die Kronleuchter. Oder die Dinger hier. Das sind ja Pots. Ich gehe mal in die Cafeteria. Das hört sich an, als würde jemand was essen. Ich gehe mal in die Kronleuchter. 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 Eeks, it's a pitch black. I can't go down there. Okay, wir brauchen also erstmal Licht. Gut Oil. Filled with Condiments. Okay, den Hund lassen wir erstmal. Ich gehe erstmal wieder. Oh, siehst du, da hat er dich schon angegriffen jetzt hier. Guck mal an hier. Was sind bitte Candlears oder Chandeliers? Wartet mal ganz kurz. So, da bin ich wieder. Ich bin doch richtig. Es sind die Kronleuchter. Ich weiß aber nicht, warum die vier nicht stimmt. Oh, weiss. Die alte ist einfach zu doof zum Laufen. Die hängt sich an den Pixel auf. Blöde Eier. Also die Candlears sind doch die Kronleuchter. Lass mal bloß noch mal alles schnell einsammeln hier. Ja, das ist so dunkel. Da wollen wir noch nicht runter. Genau, und jetzt schnell vorbei. Ui. Der kommt aber angefegt, der Hund. Es sind doch aber vier Kronleuchter. Hier oben ist keiner mehr. Entrance Hall. Ich gucke jetzt noch mal. Hier geht es nicht. Warte mal, wir gehen mal schnell rüber. Gucke jetzt noch mal rein. Barriers in First Floor. East Hall. Das waren definitiv sieben. Was gab es da falsch zu sehen? Candlears sind vier. Red Dolls in Dollroom. Paintings in Reception Room. Es könnte natürlich sein, dass es sieben, vier, sechs, eins ist. Weil ein Bild ist ja kaputt. Ich gehe jetzt noch mal in Reception gucken. Das könnte auch echt nur ein Bild noch sein. Weil hier ist nur eins. Reception Room. Park Room. Probier mal die eins. Wie sich immer treffen lässt. Ich probier mal die eins. Sieben. Vier. Sechs. Eins. Code doesn't seem to work. Also, es ist definitiv eine zwei oder eine eins. Paintings in Reception Room. Red Dolls in Dollroom. Barriers in the First Floor. Was soll man denn da jetzt falsch machen? Oh, wir müssen doch sechs mal vier rechnen. Wäre ja aber blöd. Dann wird man ja eine zweistellige Zahl. Und der Code ist ja nur vierstellig. Ich gucke gerade hier rüber, weil meine Mieze schläft hier mit auf dem Tisch. Und die zuckelt gerade vor sich hin. Als wenn der Tisch wackeln sollte. Das ist die Mutz, die träumt. Müsstet ihr sehen. Echt. Ich kann bloß die Kamera gerade nicht umdrehen. Sonst hätte ich es euch gezeigt. So, nochmal von vorn. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs, sieben. Können aber sechs sein, wenn man den vom Vogel nicht mitzählt. Ja, nochmal ausnutzen. Alte Gehe. Das gibt's doch. Ne, lasst mich. Candlears sind's definitiv vier. Was ist daran falsch zu verstehen? Jetzt kann ich nur nochmal in den Dollroom gehen. Rote Dolls, ne? Red Dolls in Dollroom. Eins, zwei. Drei, vier, fünf. Sechs. Ja, ist doch richtig. Oder zählen die die noch dazu? Dann sind sieben. Sieben, vier, sie... Was weiß ich. Ich probiere jetzt es aus. Ich probiere jetzt rum. Irgendwas scheine ich falsch zu machen. Ich weiß aber nicht was. Sieben, vier, sieben, zwei. Ne. Sieben, vier, sechs, zwei. Brauchen wir den Code für was anderes? Aber das ist doch für den Safe, oder nicht? Doch, klar hat sie doch gesagt. Sechs, vier, sechs, zwei. Rückwärts vielleicht. Zwei, sechs, vier, sieben. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gleich nochmal da. Okay, ich weiß jetzt, was wir vergessen haben. Ich habe jetzt gerade mal ein YouTube-Video geguckt, weil ich das alles so doof bin, da ewig rum zu probieren. Ich gehe jetzt aber nochmal hin, weil ich möchte den Code natürlich jetzt nicht einfach so eingeben. Und zwar hätte ich da auch selber drauf kommen können, aber ich habe die ganze Zeit immer gesagt, wir gucken uns alles an, wir lesen alles, wir kontrollieren alles. Und guck mal, was wir nicht gemacht haben. Baba, und das war auch noch voll auffällig, weil da voll die Huckel da war. Das sind es nämlich dann statt sechs Puppen, nehme ich acht. Und dann ist der Code sieben, vier, acht, zwei. Ist ja ein verrücktes Ding. Im Übrigen bin ich aber nicht die Einzige, die so verzweifelt ist. Viele, viele Let's Player haben sich daran versucht und sind stellenweise jämmerlichst gescheitert. Ohne zu gucken nach einem Cheat, meinetwegen. Also nicht Cheat, nach einer Lösung. So, jetzt bin ich gespannt, was da drin ist. Also es muss ja was ganz Tolles sein, wenn die das zu schwer machen. Also sieben, vier, acht, zwei. Sehr gut, dann wissen wir ja, wo wir jetzt hingehen können. Oh, das ist Mom's Perfume. Rückblender? Is he still at work? Wie, you... Wer, you, Maria? Das heißt, I love you, Maria. Doktor. Ohohoho. Hä? Fett, her? Was? Fett, her? Ja, sie ist ganz fett und dick und hässlich und einfach nur... Ah ja, there you are. Doesn't your father always tell you not to go into the basement? Mom. Oh, nein, sie zieht es. He... I knew it. He's cheating on me with her. Oh Gott, die hat es nicht gewusst. I can't believe there's some girl he picked up on the street. I won't forgive him. Ist die Mutter diejenige, die den Flug auf ihn gelegt hat? Den Flug, den Fluch meine ich, nicht den Flug. Okay, also die Mutter hat es rausgekriegt. Was macht sie denn? Ah, the stupid thing. Hat sie das Parfüm jetzt rausgeschmissen? Mom's usually so nice, but she seems so different then. Ja, sehr logisch. Die wurde von ihrem Mann... Hm, äh, weiß ich nicht. Gecheatet. This perfume. I put it back on her dresser after that, but... She took care of it. That's good. After all, Mom got this from Father on their anniversary. So I'm sure Mom loved Father to the very end. Oh Mädel, wacht doch mal auf. I take it as a charm. Alright, Mom. Got Mom's perfume. Okay, das Parfüm von der Mutter. Aber das Mädchen ist schon ein bisschen klein, dumm und naiv, ne? Wenn man mal so überlegt. So, wo war jetzt? Dunkel, in der Küche war es dunkel bei dem Hund. Wo war der Hund? War der hier? Ne, hier war das andere Dingel. Aber wir tun gleich mal... Hier war noch... Ja, 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 hier war noch zu. Ah... 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 Da lang, hier lang. Was ist hier? Das war noch zu. Da oben war das Puppenzimmer. Geh hoch, Aja! Mann! Was im Bathroom? Ah, ne, hier war die lustige Leiche. Toilet! Ja, ich muss aufs Klo. Lass mich doch mal in die Toilet rein. Ne, hier war das auch nicht. Wo war denn da... 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 Da Küche da? Ich glaube, wo war das? Aber da oben war der Etik. Wo sind wir denn vor uns lang? Ich hab so ein... Im Koppiensieb, echt. Das ist doch der Etik. Ja, da will ich doch aber nicht hin. Ne. Da will ich nicht hin. Also hier ist ja mein Zimmer. Hier kommen wir nicht hin. Ne. Das ist von der Mama das Zimmer. Da kommen wir auch nicht hin. Ach so, warte mal. Ne, lass mal hier doch lang gehen. Ah, she is. Stimmt, da oben war da noch eine Tür. War die schon offen? Nein. Äh... Ich bin die Küche nicht mehr. Wo bist du denn? War in dem Puppenzimmer noch was? Nee. Ach, Cafeteria. Klar, wir haben doch die Cafeteria schon aufgeschlossen. So, ich speichere hier nochmal. Ja. Storehouse Entrance. Storehouse. Barrels. It's locked. Super. Und nun? Haben wir noch was hier drin? Öl. Für was brauchen wir Öl? Um's Perfume Pendant. Um's Perfume Pendant. Um's Perfume Pendant. Um's Perfume Pendant. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, du. Was müssen wir denn jetzt machen? Ach, guck mal hier. It's not moving. Das Gehirn bewegt sich nicht. Natürlich nicht. Sag ja. Kind, dumm und naiv. Ah, ii. Ach, das war doch nicht nur ein Gehirn. Entschuldigung, ah ja. Für die Vorwürfe. Das sah gerade aus wie ein... Das sah gerade aus wie ein Gehirn mit einer Wirbelsäule dran. God damn. Ich hätte aber gern was anderes, weil ich jetzt nicht mehr weiß, wo ich hin soll. Und der Hund hört sich an, als würde er sich jeden Moment übergeben. Was können wir denn jetzt noch machen? Können wir in mein Zimmer mal gehen? Ist der Stranger vielleicht wieder da? Nee, ist so. Können wir vielleicht schlafen gehen? Ich bin müde. Ach, ich bin jetzt gerade irgendwie wirklich müde. Und dabei ist es gerade mal 16 Uhr. Ich habe mein Mittagsschlaf heute zum Samstag nicht gehabt. Ich habe mein Mittagsschlaf heute zum Samstag nicht gehabt. Aber da waren wir auch schon. Sollen wir uns mal jede Puppe einzeln angucken? Aber wie öde ist das denn bitte? Nee, geht auch nicht. The doors have creepy smiles. Kann aber hier nichts weiter drum machen. Also der Raum ist safe. Aber ich sehe auch gerade, wir sind schon wieder ein bisschen über der Zeit. Was heißt über der Zeit? Wir sind eigentlich noch im Rahmen. Aber ich glaube, ich mache jetzt erst mal hier einen Pausenstopp, hätte ich gleich gesagt. Einen Aufnahmestopp mache ich jetzt hier. Und dann werden wir mal in der nächsten Folge sehen, ob wir den Weg finden werden, wo wir als nächstes hingehen müssen. Muthaft zu wackeln, das sieht man in der Kamera. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss! Tschüss!